Ich hoffe, dass ich dieses Mal die Schotterung von Gleis 2 bis zur Weiche schaffen kann. Da liegt das von dem abgeraspelten Spachtelzeug drin und los geht's. Mit äußerster Vorsicht hier zwischen den weichen Ablenkern. Und dann ist das von dem abgeraspelten Spachtelzeug drin. Und mit etwas mehr Schuhen hier auf dem freien Gleis. Und mit etwas mehr Schuhen hier auf dem freien Gleis. Und mit etwas Schuhen hier auf dem freien Gleis. Und mit etwas Schuhen hier auf dem freien Gleis. Und das kann jetzt eng werden. Dann habe ich etwas zu viel von den Mohnsamen draufgeschüttet. Und mit etwas Schuhen hier auf dem freien. War doch nicht zu viel und ich muss sogar noch etwas nachfüllen in den letzten Schwellenzwischenraum. Und mit etwas Schuhen hier auf dem freien Gleis. Und damit kann es jetzt losgehen. 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 Puh, das tritt wieder wahnsinnig Zeit. Und damit kann es losgehen. 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 Okay. Und damit kann es losgehen. Und damit kann es losgehen.